Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Tutorial. So liebe Leute, heute bauen wir mal einen Panzer, der Panzer der hinter mir steht. Ja, es ist kein bestimmtes Modell, es ist einfach ein Fantasie-Panzer. Ich würde doch mal sagen, schauen wir uns den Panzer mal an. Aber vorab, liebe Leute, haut auf den Like-Button und auf den Abo-Button. Würde mich auf jeden Fall freuen und damit unterstützt ihr mich. So liebe Leute, jetzt geht's los mit dem Tutorial. Ja, ich bin auf meiner Tutorial-Map, einer von zwei Maps. Ich benutze das ganz normale Texture Pack, das Default Texture Pack, das jeder Minecraft-Spieler hat. So liebe Leute, dann schauen wir uns doch mal den schönen Panzer an hier. So, viel mit Holz gearbeitet und mit Granit. Er ist nicht so detailliert, also den könnte man öfters bauen. Man kann den natürlich auch öfters hier kopieren auf die Map. So, da ist der schöne Panzer. Ja, mit einem NPC oben drin, finde ich ganz cool, sieht irgendwie witzig aus. Gut, dann würde ich doch mal sagen, fangen wir direkt mal mit an. Wir fangen mit den Ketten an. Wir brauchen als erstes hier den Schleifstein. Und wir brauchen als Kette, komm mal her, hier mein Freund. Ja, hat ein bisschen gedauert, diese Nesser-Ziegelstufe. So, ja, davon setzen wir jetzt erstmal sechs in eine Reihe. Ihr müsst euch überlegen, wo der Panzer hin soll. Dann nehmt ihr sechs Blöcke aus dem Boden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zieht die sechs Stufen da rein. Lasst hier in der Mitte drei Blöcke frei, weil der Panzer wird fünf breit werden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wieder diese Nesser-Ziegelstufe rein. Wie gesagt, drei Blöcke hier in der Mitte freilassen. Und dann können wir auch gleich schon mit dem Schleifstein hier weitermachen. Vorab nehmen wir uns nochmal diesen Block hier, diese Nesser-Ziegeltreppe. So, ich brauche mal kurz einen Hilfsblock. Die Nesser-Ziegeltreppe kommt hier hin. Der kann wieder weg. Hier dasselbe Spiel auch weg. Und dann setzt ihr einfach fünf von diesen Schleifsteinen hier hintereinander. Müsst auf der PS4 Sneaken einfach eher drei reindrücken. So, und dann könnt ihr die hintereinander hinsetzen. Hoppala. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Auf der anderen Seite machen wir das auch eben. Sneaken. Zwei, drei, vier, fünf. Gut, den letzten, den setzt er einfach so rum hin, dass er von unten nach oben zeigt. So. Das hat einfach den einfachen Grund. Da sieht die Kette so ein bisschen flexibler aus und nicht so gerade und steif. Das sieht dann aus, als würde hier so wirklich so ein bisschen hochgehen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? So, ja, hier, damit man nicht durchschauen kann, brauche ich das hier einfach nochmal mit Ziegel, äh, mit Nesser-Ziegeln zu. Könnt natürlich auch einen ganzen Block nehmen. Wir haben jetzt die Stufen hier gerade am Start. So, dann sieht das ein bisschen cooler aus, ne? Ein bisschen dunkel. Gut. Dann würde ich doch mal sagen, bleiben wir gleich einfach mal hier vorne. Da brauchen wir einfach ein ganz normales schwarzes Banner. Und wir brauchen hier Birkenholz-Treppe. Dann noch die Granit-Treppe. Also Birkenholz und Granit wird am meisten verbaut. Könnt ihr euch gleich merken. Upp, ich bleib hier hängen. So, erstmal machen wir hier mit Sneaken die Banner dran. So. Dann die Treppen hin. So, ihr müsst das nicht vom Muster exakt gleich machen. Könnt ihr machen. Müsst ihr aber nicht. So. Hier vorne brauchen wir ein paar Falltüren. Einmal hier diese Birken-Falltür. Und einmal hier diese Tropen-Baum-Falltür. So. Fangen wir an. Ähm, hier müssen wir die mit Sneaken draufsetzen. Und dann immer halt im Wechsel. So. Hier lassen wir frei. Da kommt gleich dieser Busch drauf. So. Ihr könnt den Panzer noch mehr begrünen, wenn ihr möchtet. Ich habe nur so ein kleines Beispiel einfach gemacht. Damit man ein bisschen Grünzeug dran kriegt. Das sieht dann so ein bisschen aus, als würde er gerade irgendwo aus dem Dschungel kommen. Gut. Jetzt kommen diese ganzen Treppen dran. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und hier die Ecke. Sechs Stufen kommen dran. Wir fangen erstmal. Hoppala. Hier muss ich Sneaken. Mit der Granit-Treppe an. Setzen zwei von diesen Birken-Treppen hin. Wieder eine Granit-Treppe. Birken-Treppe. Und am Ende wieder eine Granit. So. Mit dieser Ecke halt. Hier auch nochmal. So. Ja. Ich habe schon sehr viele Panzer gebaut. Bitte fragt nicht, warum ich schon wieder einen Panzer baue. Ich weiß es nicht. Ich finde den einfach cool. Deswegen wollte ich den gerne hier in meiner Tutorial-Playlist haben. Wenn ihr irgendwelche Fahrzeuge sucht. Ich würde mal behaupten, ich habe 95% der Fahrzeuge, die ihr euch wünscht in der Playlist. Schaut gerne mal rein. So. Dann brauchen wir diese Birkenholz-Bretter. Setzen wir einfach hier so einen ganzen Block hin. Diese Granitstufe können wir hier hinsetzen. Und dann einfach nochmal hier dieses Birkenholz. So einfach zubauen. So. Wenn ihr noch einen anderen Bauvorschlag habt, den es noch nicht in der Playlist gibt. Das wäre mir schon wichtig. Ansonsten ist es auch egal. Ihr könnt irgendwelche Vorschläge in die Playlist reinknallen. Äh. In die Kommentare reinknallen. So gerne schauen. Wir können das hier so ausbauen. Ja. Gut. Und vielleicht ist da euer Vorschlag auch mal irgendwann dabei. So. Ähm. Wir können das bis hierhin ausbauen. Also wir ziehen das einfach hier so zu. So. Einfach das Birkenholz obendrauf. Ich denke, das erklärt sich von alleine. Wir fahren mal so ein bisschen rum. Damit ihr auch seht, was wir bis jetzt so gemacht haben. Falls es dem einen oder anderen zu schnell ging. Aber ich versuche immer so schnell und so langsam wie möglich zu sein. Hört sich komisch an. Ist aber ein bisschen was dran. So. Ja. Haben wir das Unterteil auch schon fertig. Ich würde mal sagen, gehen wir mal nach hinten. Da haben wir. Okay. Okay. So. Gut. Hier noch einmal. Zweimal Birkenholz dran. Da und da. Und hier nehmen wir den hier. Gut. Hinten kommt jetzt eine kleine Besonderheit. Da kommen diese Mauern hin. Diese Granitmauern. Und obendrauf setze ich einfach einen Blumentopf. Das soll dann so halt der Auspuff sein. Weil der ganze Diesel hinten rausgeschossen wird. Ja. Okay. Gut. Dann würde ich doch mal sagen. Machen wir erstmal hier. Ein neues Teil. Moosteppich. Gibt es noch nicht so lange. Den setzen wir mal hinten drauf. Habe ich einfach mal draufgesetzt. Damit ein bisschen grün hier ins Spiel kommt. Und dass er nicht zu eintönig aussieht. Jetzt kommt unser Geschützturm. Gut. Mal kurz schauen. Wie habe ich den denn gebaut? Ah. So haben wir den gebaut. Gut. Gehen wir hier nach vorne. Lassen hier die erste Reihe frei. Hier wird nichts gebaut. Und fangen hier an. Setzen drei Blöcke hin. Oben drauf einfach die Birkenfalltür. Dann kommt unsere Schilderparade. Da brauchen wir einmal hier dieses Tropenholzschild. Und dieses ganz normale Birkenschild. Dann nehmen wir uns auch schon hier unser Feuerrohr, wollte ich schon sagen. Jetzt fällt mir gerade das Teil nicht ein hier. Unsere Kanone. Wir nennen das einfach mal Kanone. Wahrscheinlich weiß der ein oder andere das besser in den Kommentaren. Panzerrohr, Kanone. Gibt so viele Wörter dafür. Gut. Dann setzen wir einfach hier den Birkenzaun hier vorne hin. Gehen ein bisschen runter. Müssen sneaken, damit wir die auch alles schön dran setzen. Immer schön im Wechsel. Birkenholz, Truppenholz. Zaun, Tor. Hinsetzen. Ich glaube, ich hatte den fünfmal. Ja. Die Kanone ist fünf lang. So. So. Fünf Zäune lang. Ich glaube, das passt schon. Dann brauchen wir mal kurz. Habe ich das hier? Habe ich das hier? Ne, habe ich nicht hier. Ich brauche hier wieder unseren Granit. Granitstufe. Und wir brauchen dann hinten diesen Bognertisch halt. Das sieht besonders cool aus bei dem Panzer. Könnt ihr so ausbauen erstmal. So, den Bognertisch einfach hin. Hoppala. Nein. So. Dann haben wir an der Seite so Pfeil und Bogen. Ich finde, das sieht schon richtig cool aus. Sieht aus, als hätte man auf jeden Fall Ausrüstung dabei. Ganz hinten nehmen wir diesen... Ne, nicht den Bognertisch. Ach ja. Truppen-Baum-Zauntor. So. Haben wir schon ein Menü. Setzen den so dreimal einfach hier hin. Okay. Okay. So. Setzen hier eine Birkenstufe hin. Da die andere. Und hinten setzen wir drei Granitstufen drauf. War das richtig so? Der NPC-Kollege sagt ja. Dann machen wir das halt einfach mal so. Gut. Dann könnt ihr das hier so ein bisschen ausbauen. Ähm... Ich glaube... Das ist ein bisschen... Ich gucke mal. Kriege ich den NPC hier mit Blockausfall? Mal kurz schauen. Ah. Super. Mal schauen. Ich glaube, der ist ein bisschen zu hoch jetzt. Oder? Guck mal. Hier sogar mit Hut. Ah ne. Die Höhe... Ja. Die Höhe passt schon. Guck mal. Jetzt ist sogar einer mit Helm hier. So. Jetzt muss ich gerade mal selber ein bisschen rumschauen. Ob ich wirklich alles verbaut habe. Ich glaube, es sieht gut aus, liebe Leute. Der sieht sehr baugleich aus. Gut. Liebe Leute. Das war es mit dem Tutorial. Ich hoffe, euch hat dieser Panzer gefallen. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Liken, abonnieren nicht vergessen. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Minecraft-Tutorial auf meinem Channel. Leute, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.